Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, Rohstoff TV für Sie und heute mit einem Unternehmens-Update zu Carora Ressources. Carora Ressources gab wiederum Rekordergebnisse für das vierte Quartal und 2020 als Geschäftsjahr bekannt. Die Produktion übertraf die Planung mit einer konsolidierten Goldproduktion von über 99.200 Unzen für 2020 aus den Minen Bitterhand und Higginsville in Westaustralien. Damit lag man solide oberhalb der Produktionsprognose für letztes Jahr von 90.000 bis 95.000 Unzen. Im vierten Quartal 2020 betrug die Produktion 25.637 Unzen Gold und dies war damit das stärkste Produktionsquartal im Jahr 2020. Das lässt nun natürlich für 2021 auf weiteres Produktionswachstum hoffen. Geplant sind bereits 105.000 bis 115.000 Unzen Gold fürs laufende Jahr. Allerdings denken wir, dass auch 120.000 Unzen Produktion drin liegen könnten. Hervorragend sind auch die weiterfallenden Kosten. Die konsolidierten All-In-Sustaining-Codes, die AISC, lagen im vierten Quartal 2020 bei nur noch 912 US-Dollar pro Unze. Eine Verbesserung von 13% gegenüber dem dritten Quartal 2020 und ein Rekordtief seit der Übernahme der Mühle Higginsville im Jahr 2019. Die konsolidierten AISC für 2020 betrugen 1026 US-Dollar pro Unze, was die Prognose für 2020 von 1050 bis 1200 US-Dollar pro Unze klar unterschreitet und 11% niedriger war als 2019. Im laufenden Jahr, sprich dieses Jahr, sollen die AISC bei 985 bis 1085 US-Dollar pro Unze liegen. Wir denken, dass dies eher als konservative Prognose angesehen werden darf. Die konsolidierten Bohr- und Explorationsausgaben für HGO, Beta-Hand und Spargos für das gesamte Jahr 2021 sollen etwa 20 Millionen australische Dollar betragen, was dann bei entsprechenden Bohrergebnissen viel Raum für zukünftiges Produktionswachstum gibt. Wichtig ist nun, ein Blick auf die Zahlen zu werfen. Der Nettogewinn lag bei fast 43 Millionen Dollar im vierten Quartal 2020 und bei 88,1 Millionen Dollar für das Gesamtjahr 2020. Der Nettogewinn pro Aktie lag bei 30 US-Cents im vierten Quartal bzw. 63 US-Cents pro Aktie für das Jahr 2020. Damit handelt Carora gerade mal bei einem Kursgewinnverhältnis von 5,5, also richtig niedrig und günstig. Das ist sehr günstig und wird diesem tollen Goldproduzenten ehrlich gesagt nicht so ganz gerecht. Carora beendete das Jahr 2020 mit einer starken Cash-Position von fast 80 Millionen Dollar abzüglich 4 Millionen Dollar an Schuldentilgungen und 8,9 Millionen Dollar, die in bestehende Goldpreisabsicherungen in der ersten Hälfte des Jahres 2020 eingezahlt wurden. Das Betriebskapital belief sich zum 31. Dezember auf 56,8 Millionen Dollar, eine Verbesserung von über 30 Millionen Dollar im Vergleich zum 31. Dezember 2019. Doch auch die Exploration verlief sehr gut im abgelaufenen Jahr. Die konsolidierte Goldmineralreserve und Ressource wurde am 16. Dezember 2020 gemeldet. Die Midenbetriebe Peterhand und Higginsville in Westaustralien zeigten einen Anstieg der konsolidierten, nachgewiesenen und wahrscheinlichen der sogenannten 2P-Goldreserven um 334 Prozent. Auf 1,33 Millionen Unzen und einen Anstieg der konsolidierten, gemessenen und angezeigten Goldressourcen um 167 Prozent auf 2,52 Millionen Unzen. Das sind Top-Werte, die die Produktion für mindestens zehn Jahre absichern. Das Spargus Reward als Projekt wurde im August 2020 erworben. Es ist ein hochgradiges Tagebaugoldprojekt in Westaustralien, das voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres bereits einen positiven Cashflow für Carora generieren wird. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung ist im zweiten Quartal 2021 geplant. Durch die Konzentration auf die Goldproduktion konnte man erfolgreich die Restbeteiligung am Nickelprojekt DuMont unter Beibehaltung des Risikos eines eventuellen Projektverkaufs durchführen. Carora erhielt sofort 10,7 Millionen Dollar in bar und behielt die Möglichkeit, bei einem zukünftigen Verkauf oder einer Monetarisierung des Projekts durch den Eigentümer bis zu weitere 30 Millionen Dollar zu erhalten. Ein netter Joker für die Zukunft in diesen Nickelmärkten. Carora ist in einer starken Position durch die Rekordbarmittel, wenig Schulden und ihr organisches Wachstum. Die Pläne für die Erweiterung der Produktionskapazität auf Higgenswil um ca. 15% bzw. 550 Tonnen pro Tag auf dann 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr sind in vollem Gange für dieses Jahr. Der Jahresstart war gut und die Produktion liegt laut dem Unternehmen im Plan. Der Kapitalansatz für die Erdarbeiten bei Spargos zur Vorbereitung des Abbaus Mitte des Jahres verläuft wie geplant. Ebenso wie weitere Initiativen zur Vorbereitung der geplanten Phase 1 Mühlenerweiterung. Die Nickelproduktion auf Beta-Hand ist derzeit auf die verbleibenden Nickelressourcen südlich der Alpha-Verwerfung beschränkt. Jüngste Bohrungen haben jedoch eine Reihe neuer Gebiete identifiziert, einschließlich des Nickel-Trogs 30C, wo die Produktion potenziell gesteigert werden kann. Die Exploration zielt auch auf zwei weitere Nickelziele ab, deren Ergebnisse im zweiten Quartal 2021 erwartet werden. Basierend auf der aktualisierten Nickelmineralressource, die Teil der jüngsten Ressourcen- und Reservenerklärung von Carora war, wird derzeit eine überarbeitete Nickelproduktionsstrategie entwickelt. Interessant ist natürlich hierbei, man hat Dumont zwar verkauft, jedoch traten bei den letzten Explorationsbohrungen in Australien auch Nickelfunde als Beiprodukt der Goldproduktion auf. Das bedeutet ohne viel Aufwand zukünftige Zusatzeinnahmen für Carora-Ressourcen. Die Aktie ist unterbewertet und wir denken, dass der Zeitpunkt günstig für eine Einstiegsüberlegung ist. Mein Team und oder ich selbst oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz!